What's up liebe YouTube-Freunde und Willkommen bei einer weiteren Folge DEAD BY DELINE Okay, das könnte, uh, da muss ich die erste droppen, das könnte auch ein schnelles Spiel werden hier, ich muss droppen, Freunde, er hat keinen Respekt So, 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 okay, zerstören wir mal die Palette und dann gehe ich halt zur nächsten Okay So, Flink, bitte rette mir den Arsch Er will nicht aufgeben, er will nicht, oder doch, nein, nein, er will weiterspielen Jetzt will er doch nicht mehr spielen Okay, okay Uh, so, wo sind wir denn stehen geblieben? Ja, okay, genau, ich habe mich, ja, getäuscht, ich dachte, es sind, äh, nur drei Überlebende, die vom Haken retten müssen Nein, es waren neun Stück und natürlich, ähm, haben wir in der letzten Folge nur zwei vom Haken gerettet Aber, ähm, so viele Folgen nehme ich jetzt nicht auf für die Daily-Freunde Ich habe natürlich dann ohne Aufnahme weitergearbeitet und jetzt ist es nur noch ein einziger, glaube ich Ich denke, wenn ich mich nicht täusche, habe ich noch einen oder zwei jetzt vom Haken zu retten Das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen Hatte jetzt nicht ganz so das Problem sein Aber gut Jo, ich habe den gleichen Perks mit, wie auch schon das letzte Mal und der Killer hat Heroin Wie, glaube ich, das jetzt auch schon Eigentlich ist es, äh, gang und gäbe Ja, Freunde, ich weiß heute nicht mehr, was ich rede Ich habe schon zu viel geredet Ja, ich bin schon komplett Egal, verzeiht mir, verzeiht es mir Ich weiß nicht, ob ihr solche Tage auch öfter habt, aber ich schon, ja Und jetzt, ähm, Konzentration hier Denn Ruin erfordert mehr Aufmerksamkeit Jetzt kommt der wieder Der will mich aber auch nicht in Ruhe lassen Oh, da du gehst Willst du mich auch noch? Na klar, oder willst du mich? Hm, dann spielen wir doch das Spielchen wieder Ich weiß schon, keinen Respekt Haha, das war zu früh, Freundchen Oh, er gibt aber jetzt schnell auf Ja Hier wollte ich nicht droppen Hier war ich mir nicht sicher, Freunde Oh Okay, Moment mal Kommt, er ist, ja, er ist natürlich wieder hier Oh, es wurde sogar endlich mal der erste Generator fertiggestellt Ruin hält auf Und ich darf eh nicht reden, ich habe auch noch keinen gemacht So, was wird das hier? Hör auf zu sluggen Okay, es liegt auf jeden Fall bei der Palette, Freunde Wenn ich da aber rechtzeitig hinkomme, das ist nämlich die andere Sache Okay, jetzt gehen wir einfach mal Sie dürfte ja mittlerweile recovered sein So, Hallöchen Keinen Stress Heilung Und dann darfst du gehen Mehr werde ich dich nicht heilen Ich gehe jetzt wieder an den Generator Ich gehe jetzt wieder an den Generator Spielt euch mit dem Killer Könnt ihr gerne machen Ach, Ruin, ey Dieses liebe Ruin Jo, mal gespannt Kommt er denn her? Nö, nö, nö Übertreibt mal nicht Und verschwendet da dort nicht die ganzen Paletten jetzt Ach, Ruin Oh, Freunde, ey Ich muss mich mehr konzentrieren So Wir brauchen immer noch die Hakenrettung Ach, Freunde, ey Wir brauchen die Hakenrettung Oh, ich glaube, ich bekomme jetzt Nein, nein, nein Uh, Gott sei Dank keine Schnellaufladeketten Ansonsten wäre das schiefgegangen Spielen wir wieder Hilli, Billi Er will nicht, okay Unser Hillbilly will nicht Jetzt aber die Hakenrettung Okay In diesem Fall Dürfte unsere Daily erledigt sein Oder es ist noch eins über Ich bin mir nicht genau sicher So Und wieder an den Generator Vielleicht schaffen wir ihn Irgendwann mal Ja Irgendwann mal Keine Ahnung, ey Aber wir werden sehen So Heilt euch doch mal da vorne Was macht ihr eigentlich die ganze Zeit Außer hier die Paletten alle droppen Ah, was ist das für ein Spiel, ey Ach, jetzt liegen schon zwei Und ich warte jetzt schon Dass der dritte auch noch gleich liegt Und dann wird es nämlich richtig spannend Verfolgt wird er schon, wie es aussieht Ach, Leute, okay So, wir haben End Naja Ich sage es doch Spannend, ja Ach, Mann, ey Normalerweise sollten jetzt alle drei aufgehangen werden Und ich lasse sie liegen Also ich lasse sie hängen Nicht liegen So Der näher bei uns liegt Sollte eigentlich recovered sein Hoffe ich doch zumindest Ich würde noch gern warten Dass Billy hier jemanden aufhängt Kommt nicht zu nahe zu mir Ich habe keinen Bock darauf Wie gesagt, normalerweise Müsste ich euch alle liegen lassen Und einfach die Luke suchen Wir haben hier sogar einen Twitch-Streamer herin Sehe ich gerade Der Dreamer Okay, komm, Billy Heb irgendjemanden auf Und slag doch jetzt nicht alle Das ist nämlich genau das Spielchen Das uninteressant ist Irgendjemand an den Haken Und ich habe die Chance Auf sichere Art und Weise Die anderen hochzuheilen Wenn er mich jetzt entdeckt Es ist vorbei Dann ist es vorbei, Leute Und wenn ihr hier weiter zu mir kriegt Ach ja Dann bitte Ihr wolltet es ja nicht anders Ihr wolltet es ja nicht anders So, jetzt Konzentration Wir spielen das Spielchen wieder Wenn meine Mates mich jetzt eigentlich nicht verraten hätten Ich probiere es halt jetzt Okay, und hier rein So, wir können hier weiter spielen So, wir können hier weiter spielen, Billy Auch wenn ich hier die Paletten jetzt waste Wobei ein Waste ist es ja eigentlich nicht Liegt halt schon wieder Okay, der erste ist jetzt down Ja, Pech gehabt Ganz ehrlich, kein Mitleid Kein Mitleid hier Was habe ich hier für Mates, ey, Freunde Was habe ich hier für Mates Boah Ich kann mich ja auch heilen Auch nicht Ah, Selfcare fehlt schon sehr Heilst du mich? Ja Nein Macht sie nicht Ach, Leute Ich sehe hier schwarz Okay Und wenn ich nicht geheilt werde Werde ich auch nichts mehr versuchen Ich werde auch niemanden mehr retten Oder soll ich? Nö Ich gehe zum Generator Oh, ein Mad Kid Wir können uns selbst heilen Sehr nice Oh, der Twitch Streamer liegt schon wieder Und der andere auch wieder Oh, ich liebe dieses Game Macht richtig viel Spaß mit solchen Leuten Ja, gut, Freunde Ich würde mal sagen Wir begeben uns auch irgendwie in die Richtung Entweder versuche ich jetzt noch den Leuten zu helfen Oder ich suche die Luke Aber eigentlich einfach nur rausgehen Möchte ich auch nicht Dann sterbe ich glaube ich lieber gegen Billy Und versuche ihn noch ein bisschen zu juken Hast du mich geschehen Er dürfte mich gesehen haben Er dürfte mich gesehen haben Dann spielen wir doch noch ein bisschen Ach, Mann, oh eh Komm, lass uns ein Spiel spielen Was willst du, Billy? Hier gehört normal schon wieder der Hillbilly Rock Aber ich habe keine Zeit Oh, okay Für diesen Juk Das war jetzt eh nicht mehr gut Der lässt alle ausbluten Katastrophe hier Jo, wir haben unser Bestes getan Was soll's denn Ran an den Haken mit uns Dann war's das auch für uns Aber die Daily dürfte trotzdem erledigt sein Ich hoffe zumindest, dass sie erledigt ist Aber das werden wir ja gleich sehen Mal gucken Dann habe ich nämlich endlich Das mit Ace geschafft Das würde mich ja schon mal freuen So, mal gucken Von den Punkten her Wird's wahrscheinlich auch nicht so schlecht ausschauen Wobei wir Effektiv einen Generator gemacht haben Glaube ich Jo Okay Ja, du weißt ja Wenn's dir gefallen hat Okay Es ist abgeschlossen Sehr gut Wenn's dir gefallen hat Dann lass ein Like da Würde mich freuen Und in diesem Sinne Wünsche ich dir Einen wunderschönen Tag Und eine traumhafte Na